Oho, was haben wir denn da? Enjoy mit neuen Stil ist drin. Roll... ...Schuh-Hadel. Rollschuh? Achso, Rollschuh-Adel heißt das. Ach. Hm, ich dachte auch heute kommt der Ezios hinein. Doch nicht. Und dieses Paket... Halle... 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 Hm, sieht schlecht aus. Swinkelkater. Wie heißt die? A-T-T-S-T-K-Klau... Oh Gott. Kann ich gar nicht richtig aussprechen, sorry. Swinkelkater. Swinkelkater. Ja... Weiß jetzt nicht. Ist auch in schwarz gehölt mit... Tatzenabdrücke auf... ...der unteren Seite und halt die... ...Katze drauf. Oh... Oh... Ich will die. Dann... Layla... ...heiß die... ...war das auch nicht schlecht. Das ist ein... Das ist ein Skin... ...die hat ihre... ...hier Hände in der Tasche... ...und ihre... ...was sind das hier... ...Roboter... ...Arme... ...lenken das alles für die. Hoppelhäschen. Hm... ...interessant. Ich weiß nicht, welche Skins drauf die noch kommen. Sieht so aus. Mit der Golfkarre drauf. Vielleicht ein Hinweis darauf, dass wir in Season 2 Golfkarre wieder kriegen. Kann man sich die einzeln holen. 1.200... 1.200... ...800... ...und 500... ...und für 2... ...200... ...auf jeden Fall... ...gut... ...1.500... ...und... ...nice... ...und... ...die Cardinals... ...und... 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 Ich glaube, der war letztlich nicht mehr drin. Das ist mal gut genug. Ich glaube, der war auch längere Zeit nicht drin. Dann steige ich im Level auf. Ich glaube, der war auch längere Zeit nicht mehr. Die besten Freunde-Pakete, zwei neue Skins. Sie sehen richtig nice aus, würde ich so sagen. Die Kierungen jetzt nicht so. Standard-Spitze, die kann man eigentlich nicht. Ich glaube, der war auch längere Zeit nicht mehr. Ich glaube, der war auch längere Zeit nicht mehr.